Das ist Johanna. Sie absolviert eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Die Rot GmbH bietet tolle Locations in unserer Region. Der Hauptsitz in Isenbüttel gehört ebenfalls dazu. Rot aus Switzerland bietet in Rombären, Genf und Zürich als Locations für Veranstaltungen in Isenbüttel an. Auch besonders das Catering steht hier im Vordergrund. Johanna begleitet heute den Werdegang von der Bestellung eines Kunden bis zur Auslieferung. Bei der Bestellung geht Johanna auf die Wünsche ihrer Kunden ein. Anschließend erstellt sie am PC eine schriftliche Bestätigung, welches die Kunden sowie auch die Küche erhalten. In der Küche werden die Speisen direkt lieferfertig zugerichtet. Auch Equipment und Deko werden von uns auf Wunsch mitgeliefert. Ja, hi. Ja, mir geht's gut. Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei Rot in Isenbüttel. Ja, im Moment bin ich bei Auftragsannahme, ist auch alles gut. Kundenkontakt macht auch Spaß. Ja, und dann komme ich allgemein nochmal in die Buchhaltung, ins Marketing- und Personalwesen. Und dann auch noch halt viel Einkauf und Logistik. Und ja, dann halt auch noch so ein bisschen praktisch mit in die Veranstaltung reingehen und so. Ja, denke mal, wird ganz gut. Im Lager wird anschließend das letzte Equipment zusammengesucht. In kurzen Zeitabständen werden die Lieferwagen ab- und beladen. Es ist soweit. Die fertigen Leckereien und das Equipment bzw. die Deko wird zum Kunden geliefert. Eine sehr vielseitige Ausbildung, die Johanna durchlaufen wird und die viel Spaß macht. Oh ne, das ist alles gut. Und das ist schön. Und da sind die erste Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020